Willkommen zum zweiten Basic-Video über zusammengesetzte Körper. Wir sind gerade dabei, verschiedene Orte zu erkunden, bei denen das Volumen bestimmter Objekte aus dem Alltag wichtig ist. Den Container im Frachthafen haben wir schon bearbeitet. Also dann, nichts wie auf zum Skateplatz zur zweiten Aufgabe. Endlich ist es soweit. Der Skateplatz in deiner Nähe wird erweitert. Dazu soll eine Rampe gebaut werden, die vollständig aus Beton gegossen wird. Wie viel Liter an Beton sind hierfür notwendig? Um diese Frage zu beantworten, konzentrieren wir uns auf den zusammengesetzten Körper. Alles Restliche blenden wir wieder aus. Nun hast du schon einiges an Übung und kennst die Schritte, mit denen du auf das gesuchte Gesamtvolumen stößt. Fahre mit deinem Finger die Linien nach, an denen du die Rampe in Teilkörper zerschneidest. Vielleicht findest du ja auch gleich mehrere Möglichkeiten. Stoppe hierfür das Video. Überprüfen wir, in welche Teilkörper du die Rampe zerlegt hast. Ich habe sie in einen kleinen Quader, einen großen Quader und in ein Prisma mit einem Dreieck als Grundfläche unterteilt. Das ist Variante A. Vielleicht hast du sie in drei unterschiedlich große Quader und in das Prisma mit dem Dreieck als Grundfläche zerlegt, so wie hier in Variante B dargestellt. Das ist natürlich genauso möglich. Suche dir einen der zwei Wege aus und berechne das Gesamtvolumen der notwendigen Menge an Beton. Gib dieses sowohl in Kubikzentimeter als auch in Liter an. Stoppe das Video und fahre erst wieder fort, wenn ein Ergebnis auf dem Blatt Papier feststeht. Für welche der beiden Varianten hast du dich entschieden? Ich habe Variante A gewählt. Der kleine Quader ist 50 cm lang, 50 cm breit und 20 cm hoch. Er hat also ein Volumen V1 von 50 mal 50 mal 20, also 50.000 Kubikzentimeter. Der große Quader ist 50 cm lang, 200 cm breit und 30 cm hoch. Daraus erhältst du ein Volumen V2 von 300.000 Kubikzentimeter. Nun zum dritten Teilkörper. Das Volumen eines Prismas berechnet sich ja aus Grundfläche G mal Höhe H. Hier haben wir ein rechtwinkliges Dreieck als Grundfläche. Damit du die Längen gut erkennst, stell dir vor, dass das Prisma auf seiner Grundfläche, also dem Dreieck, steht. Dessen Katheten haben die Länge A gleich 40 cm und B gleich 30 cm. Daher heißt die Formel A mal B durch 2 und das dann noch mal der Höhe H gleich 50 cm. Damit kommst du auf ein Volumen von 30.000 Kubikzentimeter. Das Gesamtvolumen ergibt sich, indem du alle drei Teilvolumen V1, V2 und V3 addierst. Es beträgt 380.000 Kubikzentimeter. Falls dieses Ergebnis mit deinem Übereinstimmt, dann kannst du dir auf die Schulter klopfen. Sehr gut! Falls nicht, dann halte das Video kurz an, um die einzelnen Rechnungen zu überprüfen. Wenn du die Rampe wie im unteren Fall zerlegst, dann gehst du bei der Berechnung des Gesamtvolumens genau gleich vor. Der einzige Unterschied ist, dass du nun nicht drei, sondern vier Teilkörper hast. Natürlich muss hier dasselbe Volumen wie in der vorigen Methode als Ergebnis herauskommen, nämlich 380.000 Kubikzentimeter. Das entspricht 380 Kubikdezimeter und somit 380 Liter. Falls dies bei dir nicht der Fall ist, dann halte das Video wieder kurz an, um die einzelnen Rechnungen nachzuvollziehen. Super, wir haben es geschafft! Um die Skateboardrampe aus Beton zu gießen, werden 380 Liter davon benötigt. Das ist etwa so viel, als würdest du deine Badewanne vollständig mit Beton füllen. Hoffentlich knurrt nach diesen langen Berechnungen schon dein Magen. Keine Sorge, im nächsten Video habe ich für dich eine passende Überraschung vorbereitet. Bis gleich! Bis gleich! für dich ... ... ... ...